Moin! Heute kommen die Reiselustigen von einem Sonntag, nicht? Wollen wir mal sehen, ob wir alle fliegen, nicht? Erstmal müssen wir ihn wieder suchen. Wir haben uns die Hand gehabt, wo ist er, nicht? Das blaue Gelbgesicht, so, da oben bist du. So, dann fangen wir an mit der Kirsten aus Sundern, nicht? So, mit der Kirsten aus Sundern. Sie bekommt ein blaues Gelbgesicht, das suchst du, nicht? Die Kirsten aus Sundern, nicht? Die ist der Erste. Alles gut? Die Letzten werden die Ersten sein, nicht? Jetzt von Abend ist Geld und heute ist schon da. So, da wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Den haben wir noch gar nicht unter Verwandten stehen. So, jetzt kommt der Tobias als Nämisches dran. Der Tobias als Transport. Der kommt den Hellstuhl rein, nicht? Wo ist der Hellstuhl rein? Wo ist der Hellstuhl rein? Sieht da? Da ist er. So, hau'n du mal ab. Was ist los, Jürgen? Das habe ich schon, Jürgen. Wie ist der Tobias-Tobel? Ja? Tobias nach Frankfurt geht, Jürgen. So, ein Frankfurter Hürgens, Jürgen. Ein Hessler. Ja? So. Ja. Und dann kommt die Heika aus Nürnberg. Die kommt hier am besten, ne? Die Heika aus Nürnberg. Die kommt hier am besten, ne? Du bist das, ne? Und du bist das auch, ne? Und so, wir haben drei Stück, ne? Wo ist er? Hm? Hm, du bist das, ne? Du bist vor Heika. Nach Nürnberg, ne? Schwer im Herzen habe ich die abgegeben, ne? Wollte ich eigentlich gar nicht, ne? Ich wollte ich eigentlich gar nicht abgeben, ne? Hm? So. Schau her. Spinner. Hm? Kommst du nicht. So, da oben. So. Schau her. Ich wollte ich gar nicht abgeben, ne? So. Hm? So. Und nun geht es in der Nürnberg für Heika, ne? Aber die freut sich dafür, für sich, ne? Die freut sich, dass er sowas kriegt wie dich, ne? So. Alles gut mit dir? So. Jetzt geht weiter. So. Da bist du wieder. Huh? Wo gehst du hin? Nach Batschermont? Oder wo war das noch? Hm? Hm? Du gehst zur Ines nach Batschermont, ne? Und du quirlst dich herum, ne? So. Alter. Hm? Du quirlst dich herum. Wenn ich der Ines frohe. Für Batschermont, ne? So. So. Und ihr beide seid gar nicht im Gesetz. Jetzt geht es weiter mit der Nadja. Mit der Nadja aus Wien. Ne? Die Nadja aus Wien. Das ist einmal zu ohne. Du bist der Nadja nach Wien, ja? Die gelbe Gefahr, der gelbe Pino. Alles gut, ja? Du gehst zur Nadja, ne? Und du bleibst endlich mal in deiner Ecke, du Freiheit. Die Nadja aus Wien, ne? Und du, komm, ja? Und Goldi, ne? Ihr beide geht nach Wien, nach Österreich, ne? So. Du sollst ja unbedingt... Jetzt sehen wir das Telefon auch noch. Ach, ja. Weiter geht's. Mit der Michaela. Aus meinem Hause, ne? Die Tassenkugel Rainbow, ne? So. Du gehst zu Michael. Zu Michael. Zu Michael nach meinem Hause, ne? So. Alles gut mit dir? Na, du wirst mir fehlen, ne? Hab ich gar nichts, was mich fehlen, der mich quält hier, ne? Der meine Hand beschäftigt andauernd, ne? So. Ja, du gehst zu Michael. Alles gut, morgen ist Reisetag, ne? So. Morgen ist Reisetag, so. So. Und übermorgen bist du da, ne? So. Am Dienstag bist du da, ne? Alles gut? Ja? Rambor? Alles gut mit dir? Ja, ne? So. Dann haben wir noch einen, ne? Oder zwei. Dann haben wir noch zwei. Dann haben wir noch zwei. Mit dem Mark aus langen Argen, ne? So. Hau ab. Hau ab. Wo ist der Bunte? Du. Wo ist der Bunte? Da bin ich schon, ne? Komm mal her. Du. Da. Du bist der erste Markvogel, ne? Alles gut mit dir? Was ist hier los? Komm her. Hallo. Komm her. Hey. Was soll ich das, du? Ist du nervös, am Morgen, du? Hm? Markvogel? Ja. Bist du nervös? Nee? Du gehst vom Markt nach Langenhagen, ne? Und dann kommen noch die Texaner Dame dazu, ne? Wo bist du? Bist du das? Ja, ne? Du bist das, ne? Und hier. Nichts Ana Dame. Entferma hier. Hã? Du bist das, du? Hã? Du? Dess some. Ah, es ist auch gescheit, du? Hu? Vielen Dank.